Hi, ich bin Thorsten von Egotronik und ich bin hier beim Special zum Tag des Flüchtlings. Und eigentlich ist jeder Tag ein Tag des Flüchtlings und Flüchtlinge gehören immer unterstützt, egal zu welchem Tag. Nicht nur zum Datum, was irgendwie gemeint wird, jetzt müsste man sich mal darüber Gedanken machen. Eigentlich muss man sich darüber immer Gedanken machen, weil nämlich Leute flüchten in der Regel nicht freiwillig. Unterstützt die Leute.